Hallo Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Hof Bergmann Let's Play und wir sind jetzt am Kacke schaufeln Ich bin immer noch so perplex mit der Schaufel, wie die hier vorne reagiert Und mach jetzt den Hänger mal ein bisschen grob voll, damit ich was für die Apfelbäume oben habe Könnt zwar theoretisch auch Ich sag jetzt mal das Förderband hier runterbringen könnte oder sowas Aber ich mach das jetzt damit Mit genug Schwung mit der Schaufel direkt hinter dir in den Hänger hauen Ja, das wär's ne Ein bisschen ranzoomende, ich bin so weit weg Da seh ich das alles gar nicht Wie gesagt, das ist alles Mist, den kann ich freinutzen Den Hänger mal so gut wie es geht voll machen Ich kann überlegen, ich glaub da ging ja 17.000 oder 18.000 ging ja rein Oh nein Voll daneben Ähm, das heißt wenn ich jedes Mal, jetzt kann man grob zwei Durch neun schaufeln Sag mal zehn schaufeln grob Ja, wäre auch schön, dass du da warst Bis zum nächsten Mal Und da ist er wieder Oh, das gibt's noch nicht, oder? Gibt's noch nicht, was ist denn das? Was ist das? Was ist das? Das bringt aber auch nix Wenn ich Einfach nur neu starte Ne, ich muss den Steam neu starten Also bis gleich So, natürlich mitten in der Aufnahme hier Mal OBS drüben neu starten Dauert jetzt einen kurzen Moment das Oh, den Stream wieder anschmeißen So, da müsste ich jetzt wieder sein, bei den Leuten hier auf Twitch Ähm, ich musste... Boah, wieso könnte ich das jedes Mal daneben? Ähm, ich müsste glaub ich doch mal, äh Überlegen, dass ich doch nochmal OBS update Nur letztes Mal hatte ich halt so Probleme damit, dass es mein... Mein... Meine Elgato Ähm, nicht so gemocht hat, das Update Deswegen versuche ich das eigentlich zu vermeiden Ja gut, das sind ja alle Quellen Das sind ja... Da muss man auch richtig hinschauen, Werbung Das sind ja alle Quellen Das ist alles, was irgendwie aus... Alles außer Grafiken Wirklich alles Also ob Webcam, ob... äh... Bandicam, äh... Das Spiel Also die Elgato-Quelle Und vor allem selbst die Texte oben Diese... Wo jetzt... Der Last Follower und so weiter Das... Der Anfang davon und dann dieses... Was in... In diesem Orange steht Das ist... Ähm... Ich sag schon... Das ist... Äh... Ähm... Ähm... Tippi-Stream Niemals Niemals Wieso... Wieso wollen mich mal alle so... Zu irgendwelchen zweitklassigen Dinger nochmal schicken Tippi-Stream Gefällt mir gar nicht das Ding Genauso wenig wie... Äh... Na wie heißt das andere Ding? Was ich auch nicht nutze Was auch klarer Schwachsinn ist Ähm... Finde ich assi Ist absolut... Ist absolut nicht meins Werd ich nicht wahr mit Ich werd einfach mal OBS mal updaten Mal gucken vielleicht löst das Problem Allerdings nutze ich seit neuestem ein... Ein Remote System Womit ich das OBS fernsteuern kann Vielleicht ähm... Ähm... Fokistast ein bisschen rein Das muss ich mal testen Ne... Restream nicht Beutel Restream nutze ich auch schon gar nicht mehr Und das hat ja wie gesagt nichts mit dem Stream zu tun Ist ja wurscht ob ich damit jetzt aufnehme oder streame Das ist dasselbe Problem Das... Das geht ja schon bei mir ein paar Pixeln raus Da kann ich an... 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 an eine Quelle schicken wohin ich will Ob lokal oder Internet Das reißt da nicht raus Das hat defensiv nix mit dem Anbieter zu tun Definitiv gar nix Das ist rein OBS Und wie gesagt Vielleicht nutzt es... Vielleicht hilft es auch schon wenn ich es einfach mal neu installieren Das würde auch schon was ausmachen Vielleicht hat auch die Zehnsammlung ein Hauweg Wär auch nicht das erste Mal Äh... Ich hab noch die Front angerhoben So sehr viel müsste nicht mal reinpassen Vor allem wenn das noch Hüsen misstaufen die ganze Zeit Das muss noch stehen gell Vor allem muss ich unbedingt mal auf dem Server nachher mal gucken wenn ich Wenn ich auf offline bin Also aufhör zu streamen Ob das mit der Gabel dann immer noch so ist da hier Ich kann mir vorstellen dass Nicht wegen der Datenmenge Sondern wegen der Kommunikation an sich Mit dem Server Dass der Stream da ein bisschen... Ein bisschen dazwischen fuckt Könnt ich mir das vorstellen Muss nicht Aber könnt Ähm... Euro Truck Simulator Ja Ich hab's ja auch noch hier Ich bin auch schon die ganze Zeit überlegt Ob ich mir endlich mal American Truck Simulator hole Aber ich werde mir sehr wahrscheinlich nicht die Karten holen Also diese Italien Map und so weiter So Zeug werde ich mir nicht holen Dafür spiele ich es einfach zu wenig Um mir da extra noch Diocis zu kaufen Und ähm... Und ich würd's ja eh nur nutzen Um ein bisschen mit Leuten zu labern Und dann kann ich auch ein bisschen regional noch fahren Da brauch ich nicht in die anderen Länder Also... Ich werd's bestimmt mal wieder fahren Aber ich glaub bevor ich mir das Italien DLC hole Würd ich mir eher American Truck Simulator holen So... Ich überleg grad ob das schon reicht Ob ich das so lass Mal ankoppeln Mal gucken Ich hab's schon... Jaaa... Kuna, 99% Passt Jaa... Kuna, 99%, passt Palkir, ich weiß, wie es ausschaut. Ich sehe das hier auch. Du brauchst mit dem verpixelt. Ich weiß, wie es ausschaut. Wie gesagt, es liegt nicht an Twitch. Ich sehe das schon im OBS so. Ich weiß, wie das ausschaut. Und wie gesagt, nicht immer bei Discord. Ich habe da hier 20 Fenster offen. Das Discord liegt am weitesten hinten dran. Das muss ich mir mal erst vorholen. Ich gucke halt nicht permanent jede Sekunde auf den OBS-Bildschirm. Deswegen habe ich das manchmal erst zu spät mitbekommen. Also ich habe keine Probleme damit, die LZs zu kaufen, wenn ich halt spiele, regelmäßiger spiele. Und wie gesagt, O-Rack-Simulator spiele ich halt wirklich sehr, sehr, sehr selten. Und ich habe eine Zeit, wenn ich auch mal ein kleines bisschen zumindest gesucht habe. Aber so richtig. Woher liegen Kühlschränke hier drin? So, ich muss mal ganz kurz gucken, wie ist denn der hier eigentlich eingestellt? Ähm, halt ich muss zu dem. Abkippseite hinten. Machen wir mal Kornschieber. Auskippen. Da will er jetzt auch nicht auskippen. Oder muss ich vom Kornschieber weg? Hinten. Will er nicht. Hm. Auskippen. Anlöchen. Ähm. Wollen wir mal auskippen. Kann ich das erzwingen? Äh. Wollen wir mal Abkippseite. Will da eine andere Abkippseite? Links. Rechts. Hallo. Oder weiß ich gerade nicht hin, wer ich es da reikippen soll. Hinten wir es mal so. Der will gerade nicht auskippen. Ja, Beutel. Schön, dass du da warst. Äh. Was, was will der jetzt hier nicht? Wieso will der jetzt das nicht auskippen? Ich habe ja den Auskippen links da oben. Ich kann das nicht mal erzwingen, wundert mich. Ähm. Okay, dann probieren wir mal was anderes. Guck mal hier halt. Jetzt müssen wir mal den anderen Baum hinfahren. Auch nicht. Ich werde mal versuchen, das auskippeln. Äh, auskippeln soll ich schon. Den Mr. Jensen zwischenzulagern. Irgendwie, ich weiß nicht. Erst das mit den Kartoffeln. Jetzt das. Hm. Ich weiß halt nicht, ob das einfach nur daran liegt, dass ich mir den Spielstand von meinem Hauptrechner auf den Server geladen habe. Dass das alles nicht mehr so kompatibel ist. An dem Motz kann das ja auf jeden Fall nicht liegen. So, da schüttet's mir hin. So, ein bisschen ist mal noch drin, aber... Ich werde das mal versuchen, das so sagen, mit der... mit der Schaufel zu machen. Kann ich das so schnell machen? Dann schwebt gleich die... Schaufel hinterher. So. Schauen wir mal, wie's dann wird. Wo ist das denn eigentlich gehen, ey? Oder brauchen die erst Wasser? Kann ich mir das auch nicht vorstellen. Ne, das so geht's. So, Glück brauchen die nicht viel. Das heißt, ich kann schon einige Bäume mit... mit der Schaufel versorgen. Guck mal, gerade nur so 5% grob. Von meiner Schaufel. Hi. Was, bei dir wurde ich als Opfer angezeigt. Ja gut, ich hab auch einmal den Stream kurz neu gestartet. Kann wahrscheinlich da ran liegen. Dann machen wir was so. Äh. Hab ich jetzt nicht gesehen. Gut, so. Das ist das erste Mal, dass ich durch den Hof Bergmann mich um diese Bäume kümmere. Da hab ich mir jetzt immer ignoriert. Vielleicht hab ich das Gewicht noch vorne dran liegen. Das Ding ist halt, wenn ich dieses Pixel-Bild hab, muss ich halt auch jedes Mal OBS neu starten und dann krieg ich's weg. Sache, das ist ein OBS-Problem, eindeutig. Ich muss es, ich glaube, ich tue es mal updaten. Ich muss es dann mal bei Gelegenheit testen. Ich muss es doch mal updaten. Sind ja mittlerweile wieder einige von, einige neue Versionen rausgekommen. Ähm, ich wundere es nur, weil die Version hat immer Schlange schön funktioniert. Erst seit dem letzten Stream gestern. Ähm, macht das so zicken. Ich weiß es nicht. Vielleicht liegt es auch mit einem Windows-Update zusammen. Da gab es ja auch wieder welche. Dass es dann wieder Probleme macht. Spuren hab ich nur. Ich hab vier, vier Reihen hab ich. Das dauert ein bisschen, bis ich die alle hab. Dann wär's mir jetzt natürlich mit dem Hänger lieber gewesen. Aber was soll ich machen? Aber zumindest ist es nicht so viel. Das heißt, ich kann mit einer Schaufel schon sehr viel versorgen. Das passt eigentlich. Ich hab auch noch 24% in der Schaufel. 19. Da ist mindestens noch, äh, zwei, vier, ne, sagen wir mal drei Bäume noch. Ich weiß auch nicht, wie lange der Mist hält. Ob ich jedes Mal nach jeder Ernte neun Mist auffüllen muss? Aber wenn ich dran denke, wie viel ich jetzt hochgebracht hab. Ich hab ja knapp zehn Schaufeln hochgebracht. Und ich werd für eine, heute keine Musik balgieren. Weil ich heute für YouTube aufnehme. Deswegen, und nachdem YouTube ja bei jedem Musik-Pups meckert, hab ich's heute ausgelassen. Also ich lass allgemein ja immer für, wenn ich YouTube-Aufnahmen mach, lass ich's aus. So, drei Prozent noch heute. Ich hol, ich hol aber erstmal ne neue Ladung. Und dann muss ich auf jeden Fall, äh, mit nem Hänger, muss ich dann Wasser holen. Ich hoff, das funktioniert wenigstens, das Abladen vom Wasser. So, wenn ich Gewicht vorne ist, ist natürlich jetzt sehr suboptimal. Aber egal. No Copyright, äh, Musik von YouTube. Hä? Denkste? Ganz, ganz ehrlich. Sowas wie, äh, lizenzfreie, non-Copyright-Musik auf YouTube gibt's nicht. YouTube hat auch schon von Musik in Mecker, die ich offiziell von YouTube als, äh, lizenzfreie Musik, die man für irgendwas nutzen kann, äh, runterladen kann. Selbst da hat YouTube schon gemeckert, von wegen, äh, nix da. Ich kann, ich, ich hab tatsächlich beim, auf meinem Kanal ein Video, das ich nirgendwo weltweit nicht wiedergeben kann, weil dort Musik drin ist, die ich von der YouTube-Webseite runtergeladen hab und offiziell, ähm, sag schon, ähm, als lizenzfrei und gerade für solche Zwecke nutzbar, zu, äh, zur Verfügung gestellt wurde. Ähm, ich hab's aber auch nicht bemängelt, weil das Video mir eh egal ist, aber deswegen, es gibt kein lizenzfreie Musik für YouTube, außer man hat die Musik selber gemacht und man ist der Inhaber. Das ist dann eine ganz andere Sache. Aber deswegen lass ich's komplett weg. Ich hab auch in meiner Anfangszeit von YouTube, war's tatsächlich so, dass, da hab ich ja auch ein paar Autorennspiele gemacht und da war YouTube so dermaßen, dass es, ähm, mal was Nase putzen hier. So, weiter geht's. Auf jeden Fall, da hat YouTube ja sogar mir Geräusche. Ob's, ob's das Bremsen, Quietschen war, ob's, ähm, das Motorgeräusch war, die Hupe, äh, die Geräusche von irgendwas an, die Sirenen von der Polizei oder sowas, ähm, das hat's mir alles, das hat YouTube alles bemängelt. Alles. Selbst einzelne Geräusche. Inhaber so und so. Und, ähm, ich hab's euch schon mal erzählt gehabt, das ist ja so, dass, ähm, es Unternehmen gibt, die ja extra Musik suchen, die keine Lizenz unterliegen, die auch, so sagen, kein Rechtinhaber haben, kaufen sich die Rechte, geben das an YouTube weiter und der Modul, ab sofort haben wir die Rechte, wir wollen hier, dass Videos wieder mitbeteiligt werden und so. Die haben die Musik nicht beschrieben, sonst was. Die, die konnten's einfach kaufen, weil's, äh, offiziell keinem gehört. Und dann tun die halt abkassieren. Dann kann's schon mal passieren, dass selbst Videos, die jahrelang funktioniert haben, von heute auf morgen plötzlich gesperrt werden. Weil irgendjemand die Lizenz gekauft hat. Und nachdem ich eh schon von euch die Action hatte mit der Kanallöschung, wenn auch unbegründet, will ich halt nicht mehr, äh, irgendeinen Scheiß eingehen. Ich glaub, mit dem grünen, mit dem grünen Decker hätte ich auch gut hierher fallen können. Also mit dem, da wird, ja, wohin geht das auch? Mit dem kleinen, den ich bei den Kartoffeln habe? Das war auch ne Möglichkeit. Da, 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 da. So, noch zehn Minuten. Dann, es wird auch die letzte Aufnahme sein für heute. Nur mal so nebenbei. Mal gucken, vielleicht mach ich zumindest offscreen noch so weiter, dass ich dieses Feld hier fertig mach, mit Wasser und so. Dann kann ich jetzt mal ein bisschen noch was testen. Aber auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal alle mit Mist versorgen, bevor ich da hier kurz was anderes mache. Und das war auch noch nie gesehen, dass man Bäume mit Mist düngeln soll. Ja, 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 ja. Ich mach noch eine Reihe, dann haben wir's. Ich schicke mal nicht, warum das mit dem Hingang nicht ging, ey. Ich schicke mal nicht. Nun noch ein paar Bäumechen. Eine mega-spannte Folge, eine mega-spannte Folge, wie ich überall nur Scheiße rumschaufel. Jetzt erstmal, danach muss ich nochmal ne Ladung holen. Zwei Prozent nur noch. Holen wir mal noch was. Das sind ja nur noch eins, zwei, vier Bäume. Da können wir Wasser holen. Ja gut, das Wasser... Das Wasser kann ich sogar noch in der Folge holen. Können wir uns ja glatt sogar noch schaffen, in der Folge die Bäume hier fertig zu machen. Da muss ich reichen. Ich müsste das Gewicht von da machen. Der ist so vorne überladen. Ich merke vor allem, wenn er auf die Bremse geht. Dann hebt er hinten voll sprichwörtlich ab. Und Peterbrun, Hallöchen. Das war der letzte Baum. So. Jetzt bringe ich das erstmal zurück. Und dann hole ich den Wasserhänger. Dann hole ich noch Wasser. So. Äh, so. So, da hinten haben wir auf jeden Fall noch einen Wasserhänger stehen. Den nehme ich auch. Dann kann ich den nämlich gleich wieder dort stehen lassen. Bevor ich jetzt extra zurück zum Hof fahre und den hole. So, da hinten. Ich bin gespannt, ob wir den Effekt haben mit dem Schlauch. Das wäre dann auch mal interessant. Ja, genau. Ich bleibe natürlich am Baumhänger. Ist klar, ne? Darum stelle ich die Sicht um. Geil. Bin schon lange an dem vorbeigefahren. Dann ruft er noch. So, jetzt holen wir erstmal Wasser. Jetzt sind wir beim Klärwerk wieder. Der kostet wenigstens nichts. Da hat sich der Don das letzte Mal geholt. Und Gülle müsste ich eigentlich auch mal aus der Stadt holen. Und das machen wir in der Folge auf jeden Fall noch. Wir holen noch das Wasser ab und gießen noch die Bäume. Und dann ist das, dass die Obstplantage versorgt in der Folge. Und dann schauen wir dann in den nächsten Folgen, wie sich das entwickelt. Vor allem, wie viel die ganzen Äpfelzeug eigentlich einbringt. Hallo Xer. Ja, es ist live. Es ist live. Es ist diesmal kein Vodcast. Das siehst du übrigens daran, dass oben in der Ecke nicht live steht, sondern Vodcast. Was ist das? Äh, nicht da lang. Nicht da lang. Ich muss ja da lang. Das Klärwerk ist ja da hinten. So, da hinten ist das Klärwerk drin. Das hat wir letztes Jahr mal nicht gesehen, weil er bis der Don hingefahren ist. Da war ich nicht dabei. Und da ist dann das Wasserbecken, von dem man das Wasser kriegt. Machen wir es erstmal voll. Dann müssen wir mal gucken. Eine Schlauche ist ja dran. Ich glaube, er den löst es dann bloß nicht. Müssen wir mal beobachten. 18.000 gehen rein. Was heißt, ähm, bei 32 dann. Da geht gewichtstechnisch gerade runter. Oder warte mal, 22.500 gehen rein. Äh, fertig? Bist du fertig? 10.000 gehen rein. Da war es doch ein kleinerer. Okay. Jetzt mit, äh, ne, halt der Benzintank hatte... Das ist kein Problem mit dem Schlauch, ne? Der Benzintank hatte, ähm... 12.000... 22.500. Der hier hat bis 10.000. Stimmt. Hat ja der vom Haupthof eigentlich auch gehabt. So, das fällt ja nebensan, ist übrigens noch schön so mit Rasen hin. Irgendwann auch mal kaufen. So, jetzt war es doch schön. Das ist echt das erste Mal, dass ich die Obstbäume jetzt mal versorge. Ich bin richtig stolz auf mich. Jo, der Malin, schön, dass du da warst. Ich bin dann sowieso auch bald fertig. Also langsueh mich nicht mehr. Haben wir schon wieder Spätzeit. Spätzeit. Oh, eine Strecke. Deswegen bin ich eigentlich, fahre ich lieber auf kleineren Maps und ich habe lieber vor allem ganz gerne alles ein bisschen in der Nähe, also gerade beim Haupthof das Wichtigste, weil ich halt einfach ungern ständig einfach nur am rumkutschen bin. Ist mir bei der Map schon ein bisschen wichtig. Jetzt bin ich echt mal gespannt, was mit dem Wasser funktioniert, ey. Also wenn es mit dem Hänger schon nicht funktioniert hat, bei dem Wasser kann ich ja nichts mit der Schaufel nehmen oder so. Das muss ich erst mal testen. Auskippen. Das funktioniert. Geil. Oh, jetzt häng ich mir da Schaufel fest. Mal die Schaufel ablassen, dass ich einfach nicht mehr so groß hängen bleiben kann. Alter. Einsteigen. Das dumm ist natürlich, ich habe da keine so richtige Anzeige, welche Bäume jetzt. Also beim Mist sehe ich ja, wo was ist. Aber ich glaube, die Hitbox ist groß genug, dass es funktioniert. Das sind auch jedes Mal nur, ich glaube, 100 Liter. Das finde ich ein bisschen krass bei der Gemüseplantage später. Da musst du echt... Mit dem Hänger hier kannst du locker 10 Mal das Zeugchen fahren. Minimum. Nur um die ganzen Felder voll zu kriegen. Natürlich ist alles schick bei uns. Immer noch. Guck mal hier. Schön Bäume. Passt doch. Das war zu weit. So. So. Tausende haben wir jetzt schon. Ich weiß gar nicht, wie viele Bäume das eigentlich sind. So. Da haben wir jetzt die erste Reihe fertig. Kommen wir zur nächsten Reihe. Jetzt müssen wir den Hänger jetzt nicht zig Mal auffüllen. Das reicht dann eigentlich. Ein bisschen mehr ran. Ich werde mal folgendes machen. Ich stelle mal ein Tempomat, der ist ein bisschen niedriger. Stell auf Tempomat. Ein bisschen schneller kann ich glaube ich schon. Ich muss nur mal einen richtigen Moment in dem Abladen drücken. Okay, der bremst dann runter, wenn ich, ähm, tatsächlich ablade. Auf 4 kmh, 3 kmh und dann geht er wieder hoch. Okay. Dann rolle ich wenigstens einigermaßen durch. Das ist eigentlich auch nicht schlecht. Und hier muss ich jetzt schauen, dass ich, äh, ein bisschen enger um die Kurve komme. Ähm, so. So, dann den ersten werden wir jetzt erstmal machen. Und weiter geht's. Aber wenn ich jetzt gefühlt habe, dass ich gleich wieder ein paar Bäume hängen bleiben werde. Ah, das ist dumm wässig. Warte mal anhalten. Ich sehe das nicht. Wo hänge ich denn da her? Ich muss mal schauen, dass ich nicht wieder vorne mit an den Bäumen hängen bleibe. Und da sehe ich schon wieder nichts. Ach. Ich sehe das nicht. So, die Hälfte haben wir gleich. Was waren denn jetzt? Was sind doch so viele? Wenn ich jetzt, ähm, 2000, 3000, 5... Ach, nee. Das war nicht mal die Hälfte. Das war schon drei, äh, zwei Drittel. Äh, ach. Was erzähle ich denn? Drei Viertel. So, noch ein paar Bäumchen, dann haben wir's. Genau das werde ich vermeiden. Also Glück ist echt fürs Wasser, die Hickbo- äh, Hick. Die Hitbox schön groß. Und ich sehe schon, dass da schon die ersten Äpfel kommen. Da stehen nämlich schon die ersten, ähm, Holzkisten dort. Nein. Da ist jetzt die Hitbox ein bisschen. Da muss ein bisschen rein. Ach, da wieder nicht. Dann ging's. Den müsst ihr hier auch gehen. Und den letzten noch. Das heißt, da hab ich 40... Sind's echt so viele Bäume? 40, ähm, 48... 46 Bäume kann das hinkommen. Warte mal. Eins, zwei... Drei, vier, fünf... Sechs, sieben, acht... Neun, zehn, elf. Bei vier Reihen haben wir mindestens, mindestens 44 Bäume. Und dann vielleicht noch zwei Stück zwischendrin. Ja, es kommt hin. So, den stellen wir da hin. Und mal ganz kurz aussteigen. Da. Da haben wir schon die ersten Bäume drin, ne? Äh, Bäume sind auch schon die ersten. Die ersten Äpfel. Geil, oh Gott. Bin gespannt, was die bringen. So, dann, ähm, bedanke ich mich heute für die Aufnahme. Und beende hiermit die Aufnahme. Schreibt mal in die Kommentare. Lasst ein Abo da. Einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Guck mal, die schweben, die Dinger. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.